Den wollte er so natürlich nicht machen, der Ball geht ins eigene Tor. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Blöde Situation auf dem eigenen Tor, aber jetzt müssen sie sich konzentrieren. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau richtig so, das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Das hätte eine gute Gelegenheit, toller Pass, da müssen Sie aufpassen, tolles Zuspiel, guter Steilpass und jetzt die Chance. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Da passt er auch. Stones. Auf außen ist Platz. Das wird hier Ecke geben. Sie werden hier wechseln. Die kurze Variante. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Und nun ein Schuss. Und das Tor. Da hat er ein bisschen Glück gehabt.